Kia ist seit 2002 in die Australian Open involviert und damit der älteste Hauptpartner. Um diese Partnerschaft auch in Österreich spürbar zu machen, schaffen wir ein rundum digitales Medienerlebnis. Mittels Display, Video-Ads und Social Reels machen wir auf die Partnerschaft aufmerksam. Dynamische Creatives liefern in Echtzeit die Spielstände des Turniers und bieten so einen Mehrwert. Zusätzlich schaffen wir ein einzigartiges Erlebnis mit dem Kia-Kosmos im Metaverse. Ein überdimensionaler Tennisball im Metaverse mit Tennis Court, um das Geschehen in Melbourne live mitzuverfolgen. In Kooperation mit Laola 1 findet der Laola 1 Tennis-Talk im Metaverse statt und sorgt für eine umfassende Berichterstattung mit insgesamt sieben Experteninterviews. Durch einen virtuellen 3D-Showroom rücken wir den Kia Sportage in den Vordergrund und ermöglichen die einfache Vereinbarung einer Testfahrt über das Metaverse. Tolle Preise wie ein Tennis-Wochenende oder eine Oculus Quest sorgen bei der Finalparty für Interaktion und Aktivierung über das Metaverse hinaus. In knapp zwei Wochen tauchen über 1000 Personen in den Kia-Kosmos ein. Eine durchschnittliche Verweildauer von knapp 20 Minuten pro User verdeutlicht den Mehrwert und sorgt für über 3300 Stunden als Time Spent on Brand. Der Einsatz dynamischer Creatives führt zu einer sechsmal höheren Engagement Rate als gewöhnlich. Zahlreiche Medien verfolgen die Kampagne mit und berichten darüber. Social Media Posts sorgen für weitere Earth-Media-Sichtkontakte und einen Medienwert, der dreieinhalbmal über den Kampagnenbudget liegt. Der Kampagnen-Erfolg führte zu einer Fortführung der Partnerschaft mit Laola 1 im Rahmen der Laola 1 Sportinsel.